Willkommen bei meinen weiteren Partforms Onyx Adventure DX. Am letzten Mal haben wir mit E-102 Gamma's Story angefangen, haben gegen E-101 Beta gekämpft und jetzt hat Gamma im letzten Part noch, äh, am Ende des letzten Parts hat Gamma noch etwas Erschreckendes gefunden. Und was mit Beta los ist. Einfach nochmal. So, jetzt wollen wir jetzt noch zu einem Mädchen mit nem Fogel gehen und man weiß natürlich, wer es ist, es ist. Die Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 So, du bist nicht wie die anderen Roboter, hm? Du bist wirklich eine gute Person in der Mitte, nicht wahr? Ich denke, wir können Freunde sein, dann. Geh dir, okay? Ja, warum sagt Gamma auf einmal, ja, ihr könnt gehen? Warum? Das wird sich bestimmt noch aufklären. Jetzt habe ich mich schon mal gefragt, was ist hier? Was ist das? Keine Ahnung. Einfach mal weitergehen. Okay. Anerkennung, 1, 2, 3. Gamma, get ready for battle instructions. Get the Jetbooster from the ammunition floor and get up to the deck. The ammunition floor is unlocked. Okay, wir sollen aus dem Waffenlager den Jetbooster holen. Dann wollen wir doch mal dahin. Ich hoffe, ich werde... ... ich... ... ein kleines Dreckstall. Das ist doch viel besser hier mit. Äh, hier eher zwei Gamma lang zu laufen als mit Big oder mit... ... Ainy. Was steht denn hier? Komm schon! Waffenlager. Wunderbar. Da unten ist das, was wir brauchen. Da unten ist das, was wir brauchen. Hier ist der Jetbooster. Press and hold the jump button and you'll float for a while. So sieht das aus. So sieht das aus. So sieht das aus. Okay. 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 Wie kann ich dir, Dr. Robotnik? 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 Amy? Hey, Mr. Robot! Wie kann ich das wirklich nicht verstehen? Sonic, schau mal! Und wie bist du, mein Metal Freund? Es ist gefährlich hier! Warum nicht weg, Eggman, und kommen mit uns? Warum kannst du mir helfen? Ich sagte, wir wären Freunde die nächsten Mal. Auch Birdie möchte das beste für dich. Du musst dich das schade, Eggman. Amy, komm! Komm, komm! We'll meet again, my robot friend! Komm, komm! 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 Dr. Robotnik! Enemy! Master Registration! Deleted! E-Series! Du musst E-Series! Yes, it is now... Well, to see... Where they are... Und Stone, ist er wieder hier oben? Ja. Ja. Gott. Na ja, was sieht man mal hier? E-1 oder 2 Gamma möchte nicht mehr... äh, arbeitet nicht mehr für Eggman und möchte jetzt die E-100-Serie retten. Also seine Freunde retten. Und das macht er im Stage 3, wir werden die Bälle hegen. Destroy E-103. Das ist das, was ich mich so im Bus hier frage. Ich hab grad' getötet, kann sein. Fadum, 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 fadum. Ach, egal. Mission fail. Profi. Ich springe jetzt hier rüber. Nies an. Okay. Das frage ich mich so im Abwurzungsbereich. Das frage ich mich so ein bisschen, er möchte seine Freunde retten erst mal umbringen. Ja. Okay, HIT. Das frage ich mich so. Also, da war ich hier. Ich bin wieder in Berlin, ey. Ich bin wieder in Berlin, ey. Ich bin wieder in Berlin, ey. Da ist er. Da ist er. Kampf gegen E-103. Keine Ahnung. Ja, keine Ahnung. Hat man mal gesehen, die Lebensleiter hat sich noch aufgebaut und dann auf einmal ging sie runter. Ende. Freund gerettet. Freund gerettet. E-103. 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 E-104. E-104. E-103. D-104. E-104. Wunderbar. Das ist jetzt offen. Und ich würd mal sagen, Icecap-Stage müssen wir nicht mit ihm. Nein, ich frage nochmal Leuchte-Blobbel. Äh, wen wir jetzt rücken müssen. If only that monkey guard wasn't there. Okay. Ja, Affenrechter. Also es ist wieder Red Mountain. Die nächste Stage. Komm schon, lass mal ein bisschen auf die Tube drücken. E1, E2, E1, Gama, meine ich. Danke. Das ist ein bisschen schneller. Nicht besonders schneller, aber die Kamera ist auch ein bisschen komisch. So. Red Mountain. Stage Nummer 4. Boah. So, Zeit mitnehmen. Aber man sieht, wir haben nur begrenzte Zeit. So. Oh fuck. Na komm. Verdammt. Halt auf der Axt. Und ich glaube bei der Stage hatte ich wirklich mal Zeitprobleme. Kann ich sagen ob das wirklich stimmt, ich glaube. Das war diese Stage. Bei irgendeiner Gamma Stage hatte ich mal Zeitprobleme. So. Was haben wir hier? What the? Wo muss ich hin? Wenn ich die Kamera nicht so hässlich drehen würde. So. So. Ah, ich glaube ich weiss wieder welche Stage die Zeitprobleme hatte. Oder. Nein, ich weiss nicht. Ich glaub ich weiss nicht wieder. So. Oh Gott, da war ein Spin. Ah, ich hasse die Spinne. Warte. Na komm, geht durch. Ich weiss nicht. Große. Große. So. So. Wie ist das nicht nett? Er rettet noch alle anderen. Und da vorne. E. 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 Epsilon. Würde ich mal schätzen. Einmal eins. E. E. Epsilon. Rescue complete! I'm so good! E-103 Delta. E-104 Epsilon. Rescue Mission accomplished. E-105 Zeta. E-101 Beta. Location unknown. Perhaps aboard the Egg Carrier. Und da gehen wir im nächsten Part, besonders bis dahinten.